Am Freitag gibt es viele Wolken, zeitweise Regen, Örsch, Gewitter und es wird wieder ein bisschen kühler dabei. Genau so ist es, ich begleite Sie noch eine Stunde durch den Nachmittag. Freut mich auch, schön, dass Sie da sind. SWR 4 Rheinland-Pfalz, da sind wir daheim. SWR 4 Rheinland-Pfalz, der Verkehrsservice, aktuelle Meldung, Vorsicht bitte auf der 3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz. Hier ein defektes Fahrzeug, die rechte Spur ist blockiert. SWR 4 Rheinland-Pfalz, der Verkehrsservice, aktuelle Meldung, Vorsicht bitte auf der 3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Niedern und Wiesbadener Kreuz. SWR 5 Rheinland-Pfalz, der Verkehrsservice, aktuelle Meldung, Vorsicht bitte auf der 3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Niedern und Wiesbadener Kreuz, der Verkehrsservice, aktuelle Meldung, Vorsicht bitte auf der 3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Niedern und Wiesbadener Kreuz. SWR 5 Rheinland-Pfalz, der Verkehrsза も